Hallo Leute und herzlich willkommen ich bin's wieder der Ars und heute wieder mal eine Runde Death Run auf Hive und dann noch mal kurz zur Klärung das Spiel hat Parcours in sich und Leute die außerhalb stehen zum Beispiel hier müssen da langen Weg entlang rennen und fallen aktivieren und uns daran hindern ins Ziel zu kommen aber ich zeige euch das alles erst mal ein bisschen so geht auch direkt los ich bin da so schlau dass die anderen vor aber man kann in jeder Fall nur einmal aktivieren hier wieder deswegen schnell hoch hier das zum Beispiel hier und hier ist aber aber die anderen haben auch einen Speed-Effekt das heißt also die was ich kann aktivieren die sind halt wirklich erschrocken 10.000 schneller als wir ok 10.000 haben wir als eventuell ein bisschen übertrieben ich scheine erst zu sein hier kann aber das steht ich weiß ich lass dich wo lang wo lang wo lang wo lang hä da runter oh gott hä ach sooo oh gott und man hat ähm begrenzte Leben äh ja gut man hat Leben ich hab gewonnen ok ähm man hat Leben das sieht man glaube ich auch hier live also ich denke wenn die da weg sind dann stehst du gar nicht mehr auf oh ich kann hier gar nicht mehr hoch Schweineweil und die nächsten drei das sind dann nachlassen ach so und ich weiß nicht welches Video ist es kommt ich hab vor ich glaub drei tagen ein äh video aufgenommen und zwar das spiel agaio aber ich will halt wieder aktiv werden ich will gucken ob ich so eventuell einmal in der woche und frag nicht warum ich mädchen skin habe frag lieber nicht ähm ähm zweimal was turtle ach so turtle ähm zwei äh also ein bis zwei mal in der woche videos machen und die nächste runde würde ich schaden äh und dann mache ich jetzt einen cut ich weiß nicht der war halt nicht so gut dran ja gut dann mache ich jetzt ein cut dann mache ich das glas so das sind wir auch schon in der runde und es dauert einfach trotzdem mal eine minute aber ich glaube die halten wir aus und es wird es wird natürlich zufällig gelost oder es ist einfach zufällig wer dann da drin stehen darf und die fall aktivieren darf man grundsagt das ist relativ selten dass man dran kommt ich zum beispiel von zwei bis drei mal hintereinander dran gekommen was man ziemlich abgefuckt hat weil ich mache lieber die paar kurs anstausend über die selben ähm ich mache lieber die paar kurs anstatt irgendwie falsch aktivieren ja sorry dass ich gehen ich bin er ist heute früh um ein also ich bin das ist alles um 26 aufglauben äh ich bin erst um 91 bett und bin um 5 Uhr morgens schon aufgemacht also soll ich dann natürlich die anderen wieder vorrennen weil sie halt auch so ewig schlau sind schießt ja als ob ich es einfach nichts gemacht hat oh mein gott aber ich kenne ihn aber jetzt ist einfach mein vorteil oh Gott lecken 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 oh Gott Gott aber das ist einfach schon welche vor mir die muss ich einfach noch einholen ich sehe nix 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 hao er im U hat an die zweite er schiebt man geht nahm versagt zur list description und ruf ab prüft um erster mit zweiter er ist einmal zweiter ich mache noch mit dritte aber ich in der Runde ja eventuell dritter werde und ist das einfach perfekt ja gut ja gut direkt in den nächsten reich und dann würde ich sagen noch mal einen cut und das wird auch so leider der letzte Seite heute und dann bis gleich so das sind wir wieder vor allem da bin ich wieder und es ist einfach wieder dieselbe map aber jetzt ist man eventuell sind die wieder so inkompetent oder irgendwie ganz vor ja geht der löst die dinge aus muss ich aufpassen also versuchen wir als erstes durch zu werden wenn ich jetzt wieder wenn ich wieder regelmäßig YouTube machen möchte dann sollte ich mir eventuell auch mal Twitter-Kanal und vor allem Kanal-Account machen ich weiß nicht ob ich ihn für private Zwecke als ob ich einfach nicht erster würde und das macht mich schon irgendwie traurig als ob die wieder so inkompetent wird ja okay hier ist okay ich bin zweiter so wie es aussieht hä ist es besser wenn man... ne ist es nicht komm fall einfach runter du kannst die Chancen ja ich glaube ich hab sie auf ihn fall doch einfach... hä wie schön ist das jetzt nach vorne oh Gott fall doch einfach runter Digga oh mein Gott schon wieder oder er ist gerade runtergefallen ja aber wenigstens nicht letzter oder sowas soll ich stolz auf mir sein als ob die den Jump einfach nicht schaffen das ist daran schwer ja also Montelolo verstehe ich nicht ähm sowas wie ein Intro ups sowas wie ein Intro besitze ich leider nicht mehr ich hab ja mal einen alten Kanal namens MC... äh... oh Gott das hab ich voll gemacht MC Snow LP und da hatte ich zur... oh Gott da hatte ich so ein Intro aber ähm ich hab ja noch einen Kanal erstellt deswegen hab ich jetzt einfach kein Intro mehr aber ich glaube es ist auch nicht so schlimm weil so YouTuber wie German jetzt weil wir haben ja auch kein Intro ich glaube das haben wir so zu müssen so zu müssen oh no oh no hm äh falls man... oh Gott falls ihr mit mir eine Runde zocken wollt kommen ja Rewe keine Ahnung könnt ihr mir wenn ihr wollt muss nicht unbedingt sein wenn ihr nicht wollt einfach irgendeine Freundschaftsanfrage schicken und dann kann man auch mal miteinander spielen ich weiß jetzt denken die meisten wahrscheinlich wieder boah du hast doch eh nur 5 Abonnenten und wer davon guckt deine Videos bitteschön das ist richtig unnötig und 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 es gibt aber auch Leute die klicken das Video an die abonnieren dich nicht unbedingt weil sie es einfach nicht wollen weil sie dich einfach nicht gut genug dafür finden ist ja auch selbstverständlich keine YouTuber also man wird heutzutage schwer auf YouTube groß aber trotzdem falls jemand Bock hat dann kann man mir einfach irgendwie eine Anfrage schicken Gommel Rewe spiele ich beides aktiv und wenn wir sagen ich hoffe euch haben die drei Runden gefallen wenn ja lasst doch mit einer Bewertung da oder zeigst mir mit einer Bewertung dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal haut rein und tschüss bis zum nächsten Mal